So, willkommen, das versprochene Bonbon für heute Nachtmittag. Und zwar für diejenigen, die sich nun so auf Richard Strauss gefreut haben, haben wir uns sehr spontan dazu entschieden, einen Richard Strauss zu nehmen und haben uns gedacht, welcher passt denn heute am besten. Und das wäre schlechtes Bettler. Der Text von Heinrich Heide. Es geht um ein Mädchen, das lyrische Ich ist ein kleines Mädchen, das sich in einem Dilemma befindet, draußen regelt, es sich nur, sondern stürmt und schneit. Und dieses Mädchen hat auch noch kein Eifert, weil es damals zu Heinrich Heide-Zeiten mangelbar war. Aber trotzdem, er lässt ihre Fantasie rein und blau und schaut auf den Wind, auf den Fenster. Das ist ein schlechtes Bett, es beginnt, stürmt und schneit. Ich sitze am Fenster und schaue die Nacht in die Dunkelheit. Ich sitze am Fenster und schaue die Nacht in die Dunkelheit. Ich sitze am Fenster und schaue die Nacht in die Dunkelheit. Ich sitze am Fenster und schaue die Nacht in die Dunkelheit. Ich sitze am Fenster und schaue die Nacht in die Dunkelheit. Ich sitze am Fenster und schaue die Nacht in die Dunkelheit. Ich sitze am Fenster und schaue die Nacht in die Dunkelheit. Ich sitze am Fenster und schaue die Nacht in die Dunkelheit. Ich sitze am Fenster und schaue die Nacht in die Dunkelheit. Applaus